Fit im Alltag mit Fitness-Trackern Möchtest du deine Fitness verbessern und ein aktiveres Leben führen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stellen wir dir Fitness-Tracker vor. Die kleinen Geräte, die dir dabei helfen können, deine sportlichen Aktivitäten im Auge zu behalten und deine Gesundheit zu verbessern. Wir zeigen dir, welche verschiedene Arten von Fitness-Trackern es gibt, wie sie funktionieren und welche Vorteile sie dir bieten können. Du erfährst, wie du sie am besten nutzen kannst, um deine Fitnessziele zu erreichen und wie sie dir helfen können, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen. Also, lehn dich zurück, entspann dich und lass uns gemeinsam herausfinden, wie Fitness-Tracker dich dabei unterstützen können, fit und gesund zu bleiben. Übrigens, falls du dich für einen der später vorgestellten Fitness-Tracker interessierst, findest du in der Videobeschreibung Links zu den Produkten auf Amazon. Dort kannst du weitere Informationen über die Fitness-Tracker einholen und sie auch dort direkt kaufen. Wir freuen uns über jeden Klick und du unterstützt damit auch unseren Kanal. Wenn du einen Fitness-Tracker kaufen möchtest, gibt es einige wichtige Faktoren, auf die du achten solltest. Bevor wir dir gleich die besten Fitness-Tracker vorstellen, zeigen wir dir, was du beim Kauf von Fitness-Trackern beachten solltest. 1. Funktionen Stelle sicher, dass der Fitness-Tracker alle Funktionen hat, die du benötigst. Überlege dir, welche Aktivitäten du damit überwachen möchtest, wie zum Beispiel Schritte zählen, Distanz messen, Kalorienverbrauch berechnen oder Schlaf überwachen. Einige Fitness-Tracker bieten auch GPS, Herzfrequenzmessung und wasserdichte Funktionen. 2. Kompatibilität Prüfe, ob der Fitness-Tracker mit deinem Smartphone oder deinem Betriebssystem kompatibel ist. Viele Fitness-Tracker erfordern eine App, um voll funktionsfähig zu sein. 3. Batterielaufzeit Überprüfe die Batterielaufzeit des Fitness-Trackers. Einige haben eine längere Lebensdauer als andere und es kann sehr ärgerlich sein, den Tracker ständig aufladen zu müssen. 4. Design und Komfort Achte darauf, dass der Fitness-Tracker bequem zu tragen ist und deinem Stil entspricht. Einige sind als Armbänder oder Clip konzipiert, während andere in Form von Uhren erhältlich sind. Es ist wichtig, dass du dich damit wohlfühlst und es gerne trägst. 5. Preis Vergleiche die Preise verschiedener Fitness-Tracker, um das beste Angebot zu finden. Bedenke, dass höherpreisige Modelle oft mehr Funktionen und eine bessere Qualität bieten. Aber es gibt sicherlich auch erschwingliche Optionen, die dennoch nützlich sein können. Indem du diese Faktoren berücksichtigst, kannst du sicherstellen, dass du einen Fitness-Tracker kaufst, der deinen Bedürfnissen entspricht und dir hilft, deine Fitnessziele zu erreichen. Samsung hat mit dem Galaxy Fit 2 ein neues Fitness-Armband auf den Markt gebracht, das mit einem schlanken Design und einem 1,1 Zoll AMOLED-Farbdisplay punktet. Das Gerät ist wasserdicht, 5 ATM und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Das Fitness-Armband kann ihre Schlafgewohnheiten aufzeichnen, ihr Stresslevel messen und ihnen Tipps zur Verbesserung ihres Wohlbefindens geben. Die Galaxy Fit 2 kann ihre täglichen Aktivitäten und bis zu 5 unterschiedliche Workouts automatisch erkennen und tracken. Dabei werden Zeit-, Herzfrequenz- und verbrannte Kalorien getrackt. Sie können die Galaxy Fit 2 mit ihrem Galaxy-Smartphone verbinden, um Benachrichtigungen direkt auf die Fitness-Uhr zu bekommen und voreingestellte Antworten zu verschicken. Das Gerät ist in der Lage, ihre Schlafgewohnheiten aufzuzeichnen und ihnen daraufhin Tipps zur Anpassung zu geben. Die Ergebnisse können in der Samsung Health-App angesehen werden. Auch das Stresslevel kann automatisch gemessen werden, damit sie in stressigen Momenten Atemübungen durchführen können. Das Display der Galaxy Fit 2 wurde diagonal im vollen Rechteck und ohne Abrundungen gemessen. Die tatsächliche Displayfläche kann aufgrund der Abrundungen etwas geringer sein. Die Galaxy Fit 2 kann sie daran erinnern, in regelmäßigen Abständen ihre Hände zu waschen und bietet einen Countdown für eine gründliche Reinigung. Auch dies trägt zu einem hohen Maß an Hygiene bei. Im Vergleich zu anderen Modellen bietet die Galaxy Fit 2 eine längere Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen, eine größere Displayfläche und die Möglichkeit bis zu 5 unterschiedliche Workouts automatisch zu erkennen und zu tracken. Die Galaxy Fit 2 ist außerdem wasserdicht, 5 ATM und bietet eine Schlafanalyse sowie eine Stressmessung. Die Verbindung mit einem Galaxy-Smartphone ermöglicht das Lesen von Benachrichtigungen direkt auf der Fitness-Uhr und das Versenden von voreingestellten Antworten. Folge dem Link zu diesem Fitness-Tracker in der Videobeschreibung, falls du dich für die Uhr und den aktuellen Preis interessierst. Wir machen weiter mit dem Xiaomi Mi Smart Band Fitness-Tracker und Aktivitäts-Tracker. Dieses Produkt verfügt über ein AMOLED-Display, Blutsauerstoff-Sättigungstracking, Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung, Benachrichtigungen, Schrittzähler und ist 5 ATM wasserdicht. Es ist kompatibel mit der Mi Fit App und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen Mi Smart Band 5 verfügt das Xiaomi Mi Smart Band Fitness-Tracker und Aktivitäts-Tracker über ein größeres Vollbild-Display mit einer Größe von 1,56 Zoll. Dies entspricht einer Steigerung von 49% und einer Auflösung von 326 ppi, um Bilder und Textinhalte noch klarer zu sehen. Das Gerät bietet 30 verschiedene Trainingsmodi, um ihre Herzfrequenz und ihren Kalorienverbrauch zu verfolgen, einschließlich Pilates und Zumba. Darüber hinaus bietet es eine Gesundheitsüberwachung durch SpO2-Tracking, um den für ihre Gesundheit wichtigen Blutsauerstoff-Sättigungsgrad zu erkennen. Das Xiaomi Mi Smart Band Fitness-Tracker verfügt auch über eine Schlafüberwachungsfunktion, die die REM-Phase, das tägliche Nickerchen und die Qualität der Schlafatmung aufzeichnen kann. Es bietet auch eine tägliche Herzfrequenzüberwachung und ein antibakterielles AG-Plus-Armband. Das TPU-Material im Inneren des Riemens enthält antibakterielle AG-Plus-Wirkstoffe, um die Haut vor Keimen zu schützen. Das Gerät bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei Standardgebrauch und kann einfach mit einem Magnet-Ladeband aufgeladen werden. Es ist auch wasserdicht bis zu 5 ATM, was bedeutet, dass es bis zu 50 Meter Tiefe standhalten kann. Es gibt einige Unterschiede zwischen dem Xiaomi Mi Smart Band Fitness-Tracker und Aktivitätstracker und anderen Modellen auf dem Markt. Einer der Hauptunterschiede besteht in der Größe des AMOLED-Displays, das in diesem Modell 1,56 Zoll groß ist. Darüber hinaus verfügt es über SpO2-Tracking und eine verbesserte Schlafüberwachung im Vergleich zu früheren Modellen. Das Design ist gut und die Funktionen wie Herzfrequenzüberwachung, die Schlafüberwachung und die Stressüberwachung sind hilfreich. Die Batterielaufzeit entsprach jedoch nicht den beworbenen 12 Tagen, sondern betrug nach 4 Tagen nur noch 15%. Ich würde das Xiaomi Mi Smart Band Fitness-Tracker und Aktivitätstracker empfehlen, da es viele nützliche Funktionen bietet, wie zum Beispiel die Gesundheitsüberwachung durch SpO2-Tracking und die Schlafüberwachung. Es ist auch wasserdicht und bietet eine lange Akkulaufzeit. Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro zeichnet sich durch ihr sportlich modernes Design aus, das aus robustem Titan und Saphir-Glas gefertigt ist. Dies verleiht ihr einen zeitlosen und hochwertigen Look, der zu jedem Outfit passt. Besonders interessant sind die speziellen Funktionen für Outdoor-Sportler, wie zum Beispiel das Planen von Routen am PC und das Importieren als GPX-Datei auf der Smartwatch. Verlässt man unterwegs geplante Wege, führt die Galaxy Watch 5 Pro sicher wieder zur Route oder zum Startpunkt zurück. Die Richtungsänderungen werden auf Wunsch durch Vibration oder Sprachkommando mitgeteilt. Die Smartwatch ist 5ATM-Wassergeschützt und kann somit auch im Regen oder bei Feuchtigkeit getragen werden. Aber nicht nur für Sportler ist die Galaxy Watch 5 Pro interessant. Sie erfasst auch Fitness- und Wellnessdaten im Alltag und hilft dabei, diese zu verstehen. Dazu gehören unter anderem die Messung von Puls und Herzfrequenz, ein weiterentwickelter Algorithmus zur Bewertung der Schlafqualität, ein Zyklusmonitor, eine intelligente Sturzerkennung und eine ausdagekräftige BIA-Analyse. Die Galaxy Watch 5 Pro wird durch Google Wear OS powered by Samsung angetrieben und gibt Zugriff auf ein breites App-Ekosystem für nahezu jeden Bedarf. Der Akku hält bis zu 80 Stunden, bevor er aufgeladen werden muss. Dank der Schnellladetechnologie genügen nur wenige Minuten, um ihre Smartwatch mit Energie für eine stundenlange Nutzung zu versorgen. Insgesamt bekommt die Samsung Galaxy Watch 5 Pro eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen auf Amazon. Ein Kunde bemängelt lediglich, dass die Blutdruckfunktion erst einmal mit dem richtigen Blutdruckgerät eingerichtet werden muss und dies dann jeden Monat aufs Neue gemacht werden muss. Ansonsten ist der Kunde jedoch sehr zufrieden mit der Smartwatch. Ich persönlich finde die Samsung Galaxy Watch 5 Pro sehr gelungen. Vor allem das sportlich moderne Design und die speziellen Funktionen für Outdoor-Sportler sprechen mich an. Auch die Erfassung von Fitness- und Wellnessdaten ist sehr praktisch im Alltag. Der einzige kleine Nachteil könnte die Blutdruckfunktion sein, aber dies ist sicherlich kein ausschlaggebendes Kriterium bei der Kaufentscheidung. Insgesamt kann ich die Samsung Galaxy Watch 5 Pro definitiv weiterempfehlen. Vor allem für Sportler und Menschen, die einen aktiven und bewussten Lebensstil pflegen möchten. Der Preis von 366 Euro ist zwar nicht ganz günstig, aber angemessen für eine Smartwatch mit diesen Funktionen und diesem Design. Den Link dazu gibt es natürlich wie für alle anderen Tracker auch für dich unten in der Videobeschreibung. Fitbit Charge 5 Der Fitbit Charge 5 Aktivitätstracker kommt mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft, bis zu 7 Tagen Akkulaufzeit und Tagesform-Index. In diesem beginnen wir mit den Grundlagen. Der Fitbit Charge 5 ist ein Aktivitätstracker, der Ihnen helfen soll, ein gesünderes Leben zu führen. Er verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Der Tracker ist wasserdicht bis zu 50 Metern Tiefe und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen, was ihn ideal für den täglichen Gebrauch macht. Eine der wichtigsten Funktionen des Charge 5 ist der Tagesform-Index. Dieser Index gibt Ihnen einen Überblick über Ihre körperliche und geistige Verfassung anhand Ihrer Herzfrequenz, der Schlafqualität und der körperlichen Aktivität. Dadurch können Sie Ihre täglichen Aktivitäten entsprechend anpassen und Ihre Fitnessziele schneller erreichen. Ein weiteres Highlight des Charge 5 ist das integrierte GPS, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Aktivitäten wie Laufen, Wandern und Radfahren genau zu verfolgen und zu analysieren. Mit der Bewegungserinnerung werden Sie daran erinnert, wenn Sie zu lange sitzen oder sich nicht genügend bewegen. Die kontinuierliche Herzfrequenzmessung gibt Ihnen ein genaues Bild über Ihre Herzfrequenz, während Tag und Nacht. Der Tracker bietet auch ein automatisches Aktivitäts-Tracking, das Ihre Aktivitäten wie Schritte, zurückgelegte Strecke und verbrannte Kalorien automatisch erfasst und analysiert. Es gibt insgesamt 20 Trainingsmodi und eine Trainingsintensitätskarte, die Ihnen helfen kann, Ihre Workouts zu optimieren und Ihre Leistung zu steigern. Ein weiteres Highlight des Charge 5 ist die kostenlose 6-monatige Fitbit Premium-Mitgliedschaft im Wert von 53,94 Euro. Mit Fitbit Premium haben Sie Zugang zu noch mehr Funktionen und Tools, die Ihnen helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Dazu gehören personalisierte Trainingsprogramme, detaillierte Schlafanalysen und vieles mehr. Der Tracker ist zudem smart und benachrichtigt Sie über eingehende Anrufe und Nachrichten. Mit dem Always-On-Display-Modus können Sie die Uhrzeit und wichtige Informationen jederzeit im Blick behalten. Der Charge 5 ist kompatibel mit iOS 14 Plus und Android OS 8 Plus und unterstützt auch Google Fastpair und Fitby Pay. Kommen wir nun zu den Unterschieden zu anderen Modellen. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Fitbit Charge 4, verfügt der Charge 5 über ein größeres Display und eine längere Akkulaufzeit. Zudem ist er mit dem Tagesform-Index und einem Always-On-Display-Modus ausgestattet. Im Vergleich zum Fitbit Versa 3 hat der Charge 5 kein integriertes Mikrofon und keine Sprachsteuerung. Er ist jedoch dafür kleiner und kompakter. Polar Ignite 3 Fitness & Wellness Smartwatch Das Polar Ignite 3 ist eine Fitness & Wellness Smartwatch mit GPS, Schlafanalyse, AMOLED-Display, 24-7 Aktivitäts-Tracker, Pulsmessung, personalisierter Trainingseinheiten und Sprachführung in Echtzeit. Es ist eine hochwertige und fortschrittliche Uhr, die für Fitness-Enthusiasten und alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen, geeignet ist. Ein herausragendes Merkmal des Polar Ignite 3 ist ein hochauflösender AMOLED-Touchscreen, auf dem alle Daten und Messparameter in hellen und kräftigen Farben angezeigt werden können. Außerdem gibt es anpassbare Widgets für schnellen Zugriff auf Kalorien, Schritte, Puls, Musiksteuerung und mehr. Das Display ist sehr klar und leicht zu lesen, selbst bei hellem Sonnenlicht. Die Uhr bietet ganzheitliche Analysen für besseren Schlaf und mehr Aufmerksamkeit am Tag. Morgens wird eine vollständige Analyse der nächtlichen Erholung sowie eine Prognose des Aufmerksamkeitsniveaus tagsüber angezeigt. Diese Funktion kann sehr nützlich sein, um den eigenen Schlafrhythmus zu optimieren und den Tagesablauf zu planen. Die Pulsmessung erfolgt über eine fortschrittliche optische Technologie und ein Zwei-Frequenz-GPS-System, was eine hochgenaue Puls- und Aktivitätsmessung 24-7 ermöglicht. Die Uhr ist sehr leicht und angenehm zu tragen, wodurch sie den ganzen Tag und die ganze Nacht bequem getragen werden kann. Die Fitness-Apps und Coaching-Apps sind jederzeit abrufbar und bieten personalisierte Anleitungen und tägliche Trainingsvorschläge, die auf Kondition und Tagesform abgestimmt sind. Es gibt auch eine Sprachführung in Echtzeit, die während des Trainings Polar-Flow-Feedback über Kopfhörer oder die Lautsprecher des Smartphones vermitteln. Das Polar Igna 3 unterscheidet sich von anderen Modellen durch seine Präzision und Zuverlässigkeit in der Messung von Puls und Aktivität, sowie durch die personalisierten Trainingsvorschläge und die Sprachführung in Echtzeit. Außerdem bietet es eine sehr genaue Schlafanalyse und eine Prognose des Aufmerksamkeitsniveaus tagsüber. Insgesamt ist das Polar Igna 3 eine hochwertige und fortschrittliche Smartwatch, die für Fitness-Enthusiasten und alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen, geeignet ist. Sie ist einfach zu bedienen, bietet viele nützliche Funktionen und ist sehr genau in der Messung von Puls, Aktivität und Schlaf. Mit einem Preis von 299,90 Euro ist sie zwar nicht das günstigste Modell auf dem Markt, aber es ist sein Geld wert. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video über Fitness-Tracker anzuschauen. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt und bist jetzt besserer informiert, um das für dich passende Produkt zu finden. Ob du dich für das Samsung Galaxy Fit 2, das Xiaomi Mi Smartband, die Samsung Galaxy Watch 5 Pro, den Fitbit Charge 5 oder die Polar Igna 3 entscheidest, die richtige Wahl liegt bei dir und hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es gerne mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal, um weitere spannende Videos zum Thema Fitness und Gesundheit zu sehen. Und wenn du schon dabei bist, warum nicht auch gleich noch einen Fitness-Tracker kaufen und deine Fitness-Reise auf das nächste Level bringen? Die Links zu allen Trackern findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.